Hallihallo meine lieben Freunde Willkommen zur nächsten Folge von OneTown zusammen mit BlueCube. Hola Chicas. Brandon. Und Beamer. Servus. Oh Frank. Warte, warte Frank, Frank, ich habe dich gesehen. Ich rette dich. Weil ich habe keinen Bogen dabei. Ich habe schon einen Bogen dabei. Lava? Ey, wo ist denn der? Lava? Junge, was brauchst du denn hier? Ich bin bei dir unten rausgekommen. Und mir? Ne, im Vulkan. Achso, ja, kann sein. Hast du Klasse viel oder was wird das? Ey, das darf noch niemand sehen. Okay. Ja, da, 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 da. Ja, ich komme mir gerne da hoch. Ich bin ja unten drunter. Da ist nur der Skelett. Da sind ganz viele. Bist du denn? Gerade den Gang lang. Da ist eine gerade gesponnt. Du bist gerade abgehauen. Ich würde ja auch, okay, damit geht 3. 2. 3. Nee, 2. 3. Nee, 2. 3. Ja, ich habe den 1 grad auch noch als Dings gezählt. 3. 3. 3. 2. Ja, es kann sein, dass ihr jetzt sterbt, weil ich vergessen habe zu essen. Und das ist mir meine Schwertung wieder los. Hat der Plünderung drauf. Hat der Plünderung drauf. Hat der Plünderung 2. Du wolltest gerade... Was? Ich habe Plünderung 2 drauf. Wer ist denn da oben? Ah, Bluecure. Aber hier ist keiner mehr. Hast du einen Kopf gekriegt? Warte kurz. Nein, habe ich dich. Doch, vier! Ich habe vier Köpfe? Ja, lass noch mehr töten. Dann haben wir schon mal einen Vorrat. Hast du gehört? Äh? Ja. Hinter dir oder hinten? Da lang. Ach so, du meinst den Blaze? Ja, den wollte ich nicht töten. Sehe ich gar nicht ein, mich für sowas zu bemühen. Ey, komm mal her, 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 Frank. Warum klickt das denn bei dir hier überall so? Das ist die Hühnerform über uns. Schau mal den Pikmang da hinten an. Schau mal den in der Richtung. Disco, Disco, Disco. Meinst du bei mir das klicken oder bei Michael? Ja. Bei dir. Bei mir das sind zwei Farmen. Einmal eine XP-Farm von Hühnern und einmal eine Grill-Farm von Hühnern. Ähm, warum baust du das denn nicht mit dem anderen das, dass der immer nur klickt, wenn auch eins abgelegt wird? Weil der eine Schaltung so gesetzt hat. Leben. Er hat es genau so gemacht, dass es genau so ist. Nicht anders. Ja. Und ich habe auch extra... Warum ist da ein Huhn? Könnt ihr auch hier... Siehst du? Ja, ich sehe es. Lass mal da hingehen, ey. Boop, 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 boop. Wahrscheinlich ist da auch noch über uns, zu retten. Oh, Lava! Oh, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Okay, dann halte ich. Da können wir gehen. Schau mal, das hat genau hier aufgehört. Perfekt, okay. Das hier dann wüfern, 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 wüfern. Na, jetzt lass mich da hoch, Hallo. Wir müssen halt jetzt nur gucken, ob es... Entschuldigung. Es ist hier. Lass mich vor. Ich lass dich vor, weil du hast das Looting-Schwert. Ja, hab noch eins. Aber wieder ein Kopf. Den habe ich gesehen. Ich wollte... Ich habe mir so gedacht so... Okay. Jetzt wollte ich gerade die Pikmin schlagen. Scheiße. Meine Tastattoo ist die beste. Weißt du was? Soll ich dir mal die Pikmin schlagen? Okay. Ich schicke dir... Also, ich schicke dir dann... den Outfit-Grab und du musst... Ach. Das sieht einfach aus wie ein Mensch. Das, was da im Hintergrund ist. Schau mal. In die Richtung, wo ich gucke. Was... Was ist da? Es sieht aus wie ein Mensch. So ein runder Kopf. Irgendwas in der Hand. Ach so. Ein Pils in der Hand. Er hat einen Daumen. Er hat einen schwarzen Daumen. Er hat einen schwarzen Daumen. Er hat einen Pilz einfach in der Hand. Stimmt. 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 Pest es einfach nur. Weißt du was? Du hast dir jetzt ernsthaft angehittet. Wir sind vorhin noch nicht fertig. Wir brauchen noch einen Kopf. Sechs Stück brauchen wir? Ja. Also halt für zwei Stück. Damit ich mein Leuchtfeuer auch habe. Eigentlich will ich kein Leuchtfeuer. Ich wollte... Das sind sehr viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde... Blass. NEIN! Mama! Mama! Der wird's bloß nicht, ey. Bloß nicht, ey. Junge, ich bin grad runtergefallen. Oh, ich seh sie. Nicht dahin gehen. Lass mich plündern. Lass mich plündern. Ja, ich habe sie nur gesehen, glaube ich. Oder? Sind das überhaupt die? Ja, das sind die. Äh, ne. Ich bin woanders. Die sind über mir, kann das sagen. Ja, ja. Ich bin ja auf dem Weg zu dir, Mann. Frau. Was auch immer du bist. Ja, die sind über mir. Warte, halt. Bleib stehen. Ja, ich lockse. Ich lockse. Der eine ist runtergefallen. Den einen töte ich jetzt. Ist mir egal. Scheißegal. Mann. Okay, war kein Kopf dabei. Ja, weil du keine Plünderung hast. Ah, ne. Gut, dann töte ich jetzt auch noch den zweiten. Nur für deine Aus... Ne, ne. Ui, renne ich durch. Und schaff's nicht. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Geh weg. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob da noch eins war. Da oben ist einer. Stubst du? Ja. Ja, ich habe ein halbes Herz. Oh. Weil bei der... von Witterung kannst du ja sterben. Echt? Ja. Na dann. Oh, ich habe ein Hund da geschmissen. Kein Kopf. Der da unten? Meine ich ja den da unten. Der hat keinen Kopf gefallen lassen. Ja, weil er nicht wegen... Gedroppt. Weil er nicht wegen mir gestorben ist. Ich könnte jetzt was riskantes ausprobieren und ich mache das jetzt auch einfach. Boah. Huh. Das war kurz aus. Als würdest du es wirklich nicht schaffen. Boah. Ach ja. Was wolltest du denn schaffen? Ich hab's geschafft. Ich bin über... was du dazu gebaut hast, ne? Also wo du dich hoch gebaut hast. Mhm. Das war der Weg, über den ich eigentlich wieder zurück kommen wollte. Da ist noch einer. Geh da weg. Ja, der ist noch weit weg. Nein, ist er nicht. Ich betrachte das aus der Ferne. Ich bin ein Kameramann. Kameramann? Auch nicht. Man. Der letzte Kopf auch noch. Geh weg. Da vorne ist noch einer. Verpiss dich. Ja, ich lock ihn. Du lockst was? Lock ihn. Guck, guck. Er lockt sich jetzt aus. Der lock in. Dann komm. Put, 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 put. Oh, der ist noch nicht vorgesehen. Schade. Dann zieh ich einfach jetzt ein bisschen die Gards. Und die Blazes auch. Hopp. Und dann noch die Schweinemenschen. Und das. Und das. Genau. Und wen noch? Und ich. Und du. Und du. Oh, Hitler, Mann. an dach hat tannend kenne ich diese lieder wollen ich kann einfach nur die melodie und nicht den Texte von Du bist mal hier sie hier sind welche hier sind welche zwei stück drei stück vier stück ich habe nicht gezählt Ja ich habe sechs stück Okay, dann macht euch bereit den epischsten Macht euch bereit den Tod Wachen Macht die mit Gegen den Wither Macht ihr mit? Wir werden jetzt einen Bauern. Hast du Seelensand? Nimm Seelensand mit Ja ich habe Seelensand schon gefarmt. Hast du schon? Ich habe mich jetzt sozusagen schon komplett vorbereitet Mir haben halt nur diese Köpfe gefehlt. Ich habe sechs stück Ja ich mache mir nur noch schnell einen neuen Bogen mit Stärke Ich werde jetzt alles aus dem Inventar legen außer ein bisschen was zu essen. Ich fällt gerade auf ich habe voll viele Schärfebücher versaut einfach nur Das sind diese Stärkebücher Wie versaut Ich habe ein Buch da war Schärfe und Stärke drauf und ich habe einfach jedes Stärke Buch was ich hatte da drauf Und Schärfe ist nicht Stärke also beim Bogen ist ja Stärke Hast du Seelensand? Leute rüstet euch aus jetzt aber eventuell kämpfen Ich habe keine Lust Mach dir Ach komm schon Ich bin zu faul dazu, ne? Ich bin echt zu faul dazu Bima, dann mach du wenigstens mit Ja ja Dann hast du halt nicht so ein geiles Erlebnis Bei ihr seid komm ich mit Ich tu alles aus meinem Inventar raus Außer natürlich Schwert Schwert Bogen wenn du dabei hast und Essen lasst du Und Pfeile Ja Pfeile kann ich euch 16 geben ich brauche nur 1 ich habe Unendlichkeit Ja ich finde meine Pfeile nicht mehr Wo misst du hin? Irgendwo weit vom Dorf weg Weil der macht einfach alles kaputt der Scheiß Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Netterstern für mich Der ist für mich Ja ähm warte du kannst gleich noch eine Anfrage machen ich gehe weiter weg vom Dorf ok? Ja aber geh ganz 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 weit Ja 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 ich Achso du gehst Bereit Ja ich lauf weg und ähm Ihr sagt mir Bescheid Ja ich mach mir grad noch neue Pfeile Ja ja mach ein paar Pfeile Hört auf zu spammen auf Whatsapp Hm oder gar nicht Irgendwann er spammt in der Whatsapp Gruppe Nö Nein? Nö Dann werd ich angespammt Genau Jetzt hat er jemand auf mich ein TS angespammt Ja 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 Wer ist denn das? Aber schau Frankoh Nix besonderes Doch 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 Ist was besonderes Das wird jetzt ein Bossfight Jemand soll einen Eimer Wasser Jemand Eimer Wasser mitnehmen weil ich habe einen eimer wasser bringt aber das bringt nix weil der winter ein feuerschaden wirklich macht doch das macht schaden aber trotzdem das nervt wenn du zum beispiel schießt oder so dpa muss ich da immer eingeben ja ja noch nicht noch nicht immer noch ja ich tipp schon mal vor okay wo wir uns auf die nächste folge verschieben was sind bei 11 minuten auch kann man auch machen jetzt beenden und dann die nächste machen ja wäre sinnvoll liebe leute wir sehen uns bei der nächste folge war zu knapp heute bis dahin